Ah, ich drücke immer C, um die Sicht zu ändern, aber das ist völliger Schwachsinn. Was ist das jetzt? Leckere Puck-Puck-Eier! Eine Scharpclaw-Delikatesse. Keine Angst, das sind keine Dinosaurier-Eier. Es sind Eier der großen Puck-Puck-Vögel. Die Scharpclaw halten diese Vögel nur wegen dieser Eier. Isst ein Ei und du wirst dich wieder fit fühlen. Ah, gut. Da ist noch ein kleiner Dinosaurier. Hallo. General Skates und seine Scharpclaw griffen an. Wir konnten sie nicht aufhalten. Es waren zu viele. Aktiviere vor einem neuen Abschnitt die Ego-Perspektive zum Umsehen, in den du Z drückst. Ach, so viel Tutorial-Sachen hier. Nee. Dann... Will ich mal hier lang? Hier ist noch einer. Du solltest diesen Ort verlassen. Skates brachte großes Unheil über diesen Palast. Schau vorsichtig um die Ecken und laufe seitwärts. Halte dazu L gedrückt und bewege den Cursor. So hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und hier brauche ich wohl so ein Fass, das ich grad nicht habe, aber ich muss das wohl von oben holen. Das... äh... Der Dino hat ja gesagt, die werden hier neu generiert. Ja! Neu generiert! Äh... Geh weg. Und drauf da! Kabumm! Hier geht's doch glatt in zwei Richtungen. Was haben wir hier? Ah, hier sind Eier drin. Das ist schön. Puck-Puck-Eier. Ist auch ein süßer Name. Mal sehen, was uns hier in diesem Palast erwartet. Noch ein Nino. Skates hat den Palast angegriffen, um die Kratzoa-Geister zu stehlen. Oh, der ist böse. Sie besitzen große Macht und dieser Tempel war ihnen für Jahrmillionen ein sicherer Hort. Da wir die Schabchlor nicht besiegen konnten, verstecken wir die Geister auf dem Planeten. Dann entfesseltes Skates das Böse in dem... Dann entfesseltes Skates das Böse in dem Palast. Bei ihrem überstürzten Aufbruch übersahen die Schabchlor mich und schossen... und schlossen mich hier ein. Ja, lesen muss echt gelernt sein, Nudel. Ui. Eier! Musst du jetzt bei jedem Ei so einen Aufstand machen? Ah, es ist eine Nuss. Du hast eine Ananuss gefunden. Eine delizieuse Frucht, die auf Dinosaur Planet wächst. Man findet die... Man findet sie oft in Körben und Kisten der Schabchlor. Oder sie hängen noch am Ananussbaum. Manchmal lassen selbst Bösewichter welche fallen. Da, gib her. Ah! Feuer! Heiße Sache hier. Schnell! Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Ich brauch noch so einen Fass. Kann ich eigentlich auch mit einem Fass in der Hand rollen? Wo kriege ich denn das nächste überhaupt her? Muss ich erst irgendwie an dir vorbei? Geh weg. Ja. Hier haben wir ein Ei. Aber es ist dann im Inventar angezeigt, ne? Wo... Äh... Irgendwie ist es nicht im Inventar. Na, egal. Kann ich rollen? Nein, natürlich nicht. Hallo! Tschüss! Hier war das, ne? Ja. Schnell! Verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, nochmal. Renn nicht rein, Crystal. Gut. Nachgebeck. Kann ich die nicht irgendwie abwerfen? Kann ich dich abwerfen? Ah! Sehr schön! Dann geht er mir nicht mehr auf den Sack. Gut. Gut. Auf ein neues. Waff! Na also. So, was haben wir hier? Aha. Räh. Steuerung. Das leuchtet so schön. Ah, klettern kann sie also auch. Das ist wunderbar. Hey! Okay. Kann man das auch abstellen? Muss man es nicht... Ah, absetzen. Das ist super. Hi. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ... und papieren und die Forbnis Chaan. Man geht mit dem K elas. Also, das K was für die Forbnis Chaan. So ist die Forbnis Chaan? Das war's für heute. Es dürfte dir auch schwer fallen, wegzugehen. Ach, ich weiß hier, die Eier und Früchte kann ich nicht, äh, habe ich nicht im Inventar, weil ich die sofort in mich reinmampfe, schätze ich mal. Ach, geh weg. Okay, dann müssen wir wohl einen Test bestehen und wir können diesen Test nur bestehen, wenn wir reinen Herzens sind. Dies ist ein Warpfeld zum Kratzoha-Schrein. Stell dich in die Mitte und drücke A, um in den Schrein zu gelangen. Dann wollen wir mal da rein. Okay. Dies ist der Eingang zu einem Kratzoha-Schrein. In ihm verbirgt sich ein Kratzoha-Geist, die ja sehr wichtig sind. Man versteckte die Geister, denn ihre Macht ist groß. So groß, dass sie in falschen Händen katastrophal wäre. Doch in den richtigen Händen kann sie Frieden bringen. Es gilt, sechs Geister in den Kratzoha-Palast zurückzubringen. Finde den Geist, der sich in diesem Schrein aufhält. Bestehst du den Test, so wird er dein sein. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ach, wir können Leitern hinabrutschen. Das ist ja nett. Aber jetzt will ich rauf. Eins und zwei und eins und zwei und ha! Okay, da kommt schon mal Feuer raus. Das finde ich ja nicht so schön. Könntest du nicht auch einfach runterrutschen? Böses Vieh! Weiche von mir! Nein! Oh! Ich dachte schon. Das ist... Das ist ein Rotsiegeltor. Die Geister, die darauf zu sehen sind, zeigen an, wie viele Bösewichter du besiegen musst, um es zu öffnen. Ich habe doch nicht mal eine Waffe! Ich habe doch nicht mal eine Waffe! Apropos Bösewichter besiegen. Ah! Ich nehme das mal vorsichtshalber mit. Hi! Und tschüss! Ich brauche noch ein bisschen Leben. Gib mal her! Ah! Aha! Genau wie ich vermutet hatte. Instant Heilung. Aber das könnte ich doch jetzt bestimmt hier rauflegen. Oder ja doch absetzen. Das Vieh kommt wieder! Nee! Gut. Was ist das denn? Was ist das für ein Licht? Ansprechen. Ah, das müsste der Geist sein. Test 1. Test der Observation. Sieh genau hin, wo ich mich verstecke. Sobald die Uhren stillstehen, musst du mir zeigen, in welcher ich mich verstecke. Finde mich dreimal hintereinander und ich kehre mit dir in den Kratzua-Palast zurück. Aha. Ja, äh, da. Ich laufe dir hinterher? Aua! Okay, ich laufe dir doch nicht hinterher. Da bist du drin. Ich schätze, das wird noch richtig schnell hier gehen. Ah! Das war ja fies, war das! Äh! Du hättest auch sagen können, finde mich ohne abzukratzen. Kann ich in der Mitte stehen bleiben? Ist das möglich? Ja. Ich bleib einfach mal hier stehen. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Da bist du. Das war ja einfach. Ah ja. So kommt der Geist also mit mir mit. Höchst interessant. Großartig! Du hast den ersten Kratzua-Geist errungen. Er wird so lange in dir bleiben, bis du ihn zum Kratzua-Palast bringen und dort freilässt. Äh, bringst und dort freilässt. Boah, Nudel! Lern! Lesen! Ich sollte meine Brille mal wieder aufsetzen. Dann müsste ich die Augen beim Lesen nicht so zusammenkneifen. Kratzua-Palast. Ah ja, hier sind wir wieder. Und wir sollen den Dino nochmal ansprechen. Wie heißen diese Art von Dinos nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie, ähm... Drei Hohan? Es herrscht Krieg. Was ist hier? Ah! Geh weg! Lass mich! Danke. Aha. Aha. Was ist das denn hier? Da kann ich nicht durch. Also gehe ich erstmal hier hin. Geist entlassen. Ah. Was ist denn... Wer beobachtet mich da? Was soll das? Geht noch aus.